Hi liebe Leute und herzlich willkommen zu neuen Part von Let's Play Yossi's Crafted Wald. Zungelturmads, hier machen wir weiter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Discord ist immer noch drin. Einfach nicht hinterfragen. Einfach nicht hinterfragen Leute. Oh, mein Bein ist eingeschlafen. Kennt ihr das, wenn euer Beine einschläft? Das ist ja mal oberärzend. Oh, später kitzelt's voll. Ah ja, das ist hier wieder sowas lustiges hier. Wo man irgendwas hier einfach abbellern muss. Ah, das ist lustig. Das ist lustig und sieht irgendwie auch total easy aus. Ja, aussehen halt nicht gleich immer, was es wirklich ist. Da sagst du zwei Seiten zu viel. 100. Bäm. Ich hab hier gerade ein random so ein Fluglaunch springen durch die... Hä? Alter, das ist ja wirklich easy. Das ist einfach, weil ich immer so einen Nachzug bekomme. Wo ist hier die Schwierigkeit? Ich verstehe das nicht, Leute. Oh mein Gott, 300. 300. Oh mein Gott. Komm zu Papi. Komm zu Papi. Es ist erst lol. Vor allem ist das halt richtig hardcore easy hier. Ähm, weil man hier immer Nachzug bekommt und alles. Also heute hat nur ein relativ gutes Aim haben. Das ist lustig. Sowas macht mir Spaß. Ich bin gerade recht leicht, weil ich mich jetzt hier wirklich ein bisschen konzentriere mal. Aber sowas macht mir an sich es Spaß. Ich wollte nur mal guten Tag sagen. Guten Tag, saste. Na, was geht? Auf, auf. Gute Nacht. Ihr seht so, Leute. Hier geht gerade viel ab hier. Ohne Nacht. Ich glaube, das ist gefühlt die zweite Aufnahme, die ich erst mache, wo Discord im Voice drin ist. Lol. Also, wo ihr Discord auch hört halt so. Warum hast du dich hier den Lupiner genannt? Ja, weil ich mich halt zu nennen. Ja, weil ich bin halt nicht so wieder weg und wollte halt nur mal high sagen. Du kannst gerne bleiben, ne? Du kannst gerne bleiben, ne? Du kannst wangern. Ja, Alter, dann ist aber der eine Typ dort forever alone im Voice Channel. Oh, mach nix. Bring doch auch zu uns. Dann wird's lustig. Aber, however. Whatever you want, it's your choice. Aber, Alter, wie dann geht das noch weiter? Ich hab jetzt nur 5.000 Punkte hier. Und, ah, da ist das ein Ziel. Pünktlich, nachdem ich gefragt hab. So, bin mal gespannt. Wann auch, wie das war's hier vorgesehen, dass man deutlich mehr bekommt oder so wie? Also, wer war's auf jeden Fall nicht? Aber vielleicht haben es auch viel zu wenig und die hatten erwartet, dass man mehr ansammelt. Ich weiß, dass es noch nicht ist. Ah, hätten die sogar. Okay, ich hab nur eine bekommen, aber egal. Ist doch soweit auch lustig. Haben wir gut gemacht. Sind wir mal sofrieden, so wie es ist. Warum sind wir in Fortnite überall? Was ist hier in Fortnite? Hier sind überall lustig. Stopp. Erstmal gehen wir zum Automaten und ziehen wir mal am besten dran. I mean, why not? So, ja. Ich will hier ein bisschen was verdienen. Wart mal sehen, was... Oh, Haupt gewinnen. Ah. Ich hab ne seltene Punkte-Karte. Geil. Ui. Ui. Voll krass, ne? Ist das gut? Ja, das ist gut, Bruder. Das ist gut. Ui. 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 Hast du super gemacht. Voll, ne? Begeistert von mir. 20 Rinseblumen. Dieses arme Hauptquartier aus Season 4. Ich hab die Centel lange, aber ich war hier einfach nur da rum. Okay, ich mach das jetzt nochmal. In der Hoffnung, dass es jetzt deutlich mehr von diesen Grinseblumen bekommen. Hm. Weil die sind festig. Ich brauche die. Von den Superpowerblumen. Ich weiß nicht, wieso, aber ich nenne sie Superpowerblumen. Und dann müssten wir, glaube ich, im nächsten Part auf Grinseblumen suchen gehen, weil jetzt zum ersten Mal mir die Blumen jetzt wirklich ausgehen. Die heißen Grinse-Killerblumen. Das sind nicht Grinseblumen. Ach, du hast das bisschen durchgespielt, ne? Oder? Ich hab das Spiel nicht in aller Bauch. Ah. Irgendwas, die Mund hier hat, das kommt ja durchgespielt gehabt. Irgendwie so am ersten Wochenende. Oh, das geht doch! Ich vermute es auch nicht so. Fuck. Komm runter, du sei es ab, sonst siehst ja dann Svenzin, dass du dann runterkommst. Was spielst du? Ich hab immer noch nicht gecheckt. Yoshi's Crafted World, falls du mich meinst. Ah. Ja. Okay. Nein! Bam! Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Nintendo. Mit Fortnite. Geh mir weg mit Fortnite. Das soll er definitiv nicht spielen. Mit Fortnite spiel ich erst recht nicht. Danke. Danke. Kein Problem. Du bist cool, weil du keinen Fortnite spielst. So viel ist uncool, weil sie Fortnite spielt. Ich weiß es nicht. Ich hab mich hier gerade random mit nem Testgeklau gefreut. Ich glaube, ich spiele einfach mal... ...Wonkeys. Scheiß Kackadu. Fuck. Fuck. Ich weiß, es war ein Hühnchen und kein Kackadu, aber egal. Da ist der Baum hängt der Kackadu. Ja. Der hängt dort ... Warte, kann ich den Schäderschlagen wie eine Pinata? Okay. Haha, nee. Wäre lustig werden. Ich denke, du bekommst einfach so Schläger und schlägst ihn dann da runter. Mein Geburtstag kannst du die Piñata. Ist immer wieder sehr lustig. Ja, ich hab meinen Freund damit geschlagen dann. Mit dem Stock versehentlich. Er fand's nicht so lustig, er fand's lustig. So, da, 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 da. Also, ich frag dich jetzt, David. Und zwar, was für eine Frucht soll ich benutzen? Die Bom-Pom-Frucht oder die Gum-Gum-Frucht? Für was? Für Kämpfe. Äh, die Gum-Gum-Frucht. Ich hab's noch keine Ahnung, weißt du, was die Eigenschaften haben, weißt du, was sie spielen überhaupt? Ich spiel' gerade One Piece. Ah, ich kenn' dich nicht so aus mit dem Spiel. Aber nehm' die Gum-Gum-Frucht, oder wie die heißt. Die Gum-Gum-Frucht. Die hat sich lustig an. Ja, weil ich mich auch damit strecken kann. Ich meine, ich kann das G2 und G4, glaub' ich, schon benutzen. Ich war halt schon mal besser. Aber du hast gesagt, ich soll die Gum-Gum-Gum-Fucht benutzen. Ich benutze die Bom-Gum-Gum-Fucht. Ne, das ist ein bisschen böse. Alter, was verstehst du denn alles? Das ist ein bisschen Andi. Scheiß Yossi. Was mach' ich hier grade eigentlich? Ist rumfluchen, weil ich nur 7.000 von 8.000 gesauft hab. Ich hab' gefragt, was ich mach' aber auch gut. Oh, nicht nur rumfluchen. 1.000 hätten mir gefehlt. Ja. Aber immerhin hab' ich jetzt eine Grinzeblume mehr, dass du auch so was hören. Das heißt immer noch Grinze-Killerblume. Ach, ist gut. Frau Deutschlehrerin ist gut. Ich bin keine Deutschlehrerin. Wenn ich eine Deutschlehrerin wäre, würde ich dich schon für jeden Grammatikfehler schon meckern. Schuss. Dann würdest du mich ganze Zeit unterbrechen. Ach, wie kann man dir denn helfen? Joa, weil die Englischlehrerin unterbrief mich die ganze Zeit für Freitag in der Englischprüfung. So, sollten wir 2 Minuten über uns selbst reden. Ich fange damit an, dass ich gerne Videospiele mag und so zocke und die fragt sich, was das ist oder nicht. Ich bin und so'n Scheiß und lass mich nicht weiter. Hm. Okay, da fehlen wir jetzt noch irgendwie 6 Grenzen, 8 Grenzenblumen. Ähm, die werd' ich holen im nächsten Part von This is Crafted Wild. Mach's gut, du Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und Baum. Und Baum, ganz genau. Und Baum. Und Baum. Ja, das war's. Ja, das war's. Ich war's.